Das erste Mal sind die Piraten bei einer Kommunalwahl angetreten. 1,8 Prozent haben sie geholt. Sven Stückelschweiger, wie finden Sie das Ergebnis? Gut, wir hätten uns natürlich mehr gewünscht, aber wir sind jetzt in diversen Kreistagen vertreten. Da kann man drauf aufbauen. Wir sind auch in Kiel und Segeberg in Fraktionsstärke. Und es gibt auch einzelne Gemeinden. Wir sind in zwei Gemeinden angetreten. In der einen haben wir 8,9 Prozent oder 8,3 geholt. Da sollen wir mal weitermachen. Woran machen Sie jetzt dieses Ergebnis fest? Ist es die Arbeit der Mitglieder vor Ort oder glauben Sie, dass das die landespolitische Arbeit im vergangenen Jahr gewesen ist? Das ist definitiv sehr an den Personen vor Ort festzumachen. Also die haben wirklich super Arbeit geleistet, waren ständig auf Achse, Podiumsdiskussionen und, und, und. Und konnten da wirklich uns auch rüberbringen. Das ist die Arbeit der Mitglieder.